Tiefkühlpizza. Bin ja eigentlich nicht so der Fan davon, aber warte, ist das eine echte Nintendo-Pizza? Gibt's also Pizzen nicht mehr vom Lieblingsitaliener um die Ecke, sondern vom Lieblingsitaliener meines Lebens? Smee, Mario! Zumindest sind's offiziell lizenzierte Pizzen als Start einer Reihe Entertainment-Pizzen von Pizzatainment. Also das sanfte Mario-Duo mit würziger Triple Salami und das würzige Vario-Duo mit sanftem Vier-Käse-Deluxe. Aber es sind doch nur scheiß Tiefkühlpizze! Oh, okay. Das sieht wirklich nice aus. Das sieht wirklich nice aus. Also rein damit und... Oh, Gewohnheit, sorry. Also rein damit. Raus damit. Und was haben wir da? Dünner Boden, dicker Rand und... Oh. Die süße Honignote bei der Käse-Pizza kitzelt wie ein erster Kuss zwischen Mario und Luigi. Die Dreierwurst-Kombi trickelt wie ein Ritt auf Yoshis Rücken. Eine wirklich mal etwas andere Pizza mit gut investierten 1200 Kalorien.